Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Beauftragtes Pudeln anzunehmen bei Skatgit Glutpfansen in Ashka Head an dieser Stelle. Vorquest war, Hilfe. Wir sollen Silfstein Token finden, okay. Ihr seht hier wir haben auch seinen Balken, wenn der sich fühlt, passiert irgendwas. Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden, was Beben sind. Etwas hört auf der Bewegung ein, bleibt stehen, ja. Dann töten wir erstmal in dieser Höhle die Gegner. Und schaut mal, wie solcher Silfstein vorkommen. Und da haben wir schon mal 6. Ich bin jetzt auch kein Bergbauer. Hier seht ihr was. Also hat nichts mit Berufe zu tun. Einfach Quest-Kit bedingt mit Rechtsklick abbauen. 7. Ich spawnte das nicht. Kann ich das nochmal abbauen? Das konnte ich zweimal abbauen, okay. Dann geht es hier hinaus. Und in die nächste Höhle. Hier müsste auch was sein. Und ihr seht, in diesen Höhlen sinkt wieder der Balken. Das ist anscheinend nur draußen. Ja komm auch du. Ja, ich hab dich auch lieb. So, ihr wisst, okay. Und ihr seht hier ein vorkommen, zwei vorkommen. Vielleicht kann ich das linke wieder doppelt abbauen. Wobei ich glaube, ich bin gleich fertig. Vier Stück. Doch nicht fertig. Und dann baue ich noch dieses ab. Sechs Stück. Wo ist dies bereit zur Abgabe? Wunderbar. In diesem Gebiet kann man nicht fliegen, soweit ich es mitbekommen habe. Auf Mountain kann man aber fliegen nicht. Funktioniert nicht. Best ist dann abzugeben bei Skatgit Blutfansen. In Aschkahit an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.